Florian Hamburg hört die Messer. Florian Hamburg hört. Hamburg hört. Florian Hamburg hört. Mit dem Handschuh nach rechts? Warum ist da ein Alarm wegen dem Tisch? Muss der Tisch gleich zu nem Einsatz? Aus dem Fenster los? Ist das nicht immer sein Tisch oder ... ... so weg? 되게 high a 5 Ich nicht Aber ich hoffe du bist Weiter hätte��에 Nur breche Lass uns auf dem Stück Messer Fyck dann ... Whoa! 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 Wow, wir sind hier auf. Ja, und das Feeling zu den Felsen ist einfach voll nah, weil die stehen nur zwei Kilometer weiter weg. Ja, ich glaub, der da auch in der Nacht gleich Opono auf. Sie ist nicht beschissen, um sich zu waschen. Ich mein, sie ist einfach so. Ja, so wie in Pufserfeld. Steht auch drin. Ja, dann. Du waschst doch keine Zigaretten mehr. Wow. Das wird eigentlich krank. Wir hatten Thomas Hengelbrock hier, bekannter Dirigent. Hast du denn Reising jetzt los? Nee. Durchgeschmackt. Meine Freunde aufgestattet, die anderen sollen losgehen. Ja, Johanna damals bestimmt gleich im Rat geschrieben. Na, aber nicht schon. ... für seinen Eizermin beginnt. 33 Winter als Reitarbeiter haben ihre Spur hinterlassen. Hat den im Nehmen gewesen. Ja. Mit eisernen Willen, also, machte sich der Rauer ganz allein an die Arbeit. Es gant dem alten Kumpel, die ihre neue Bestimmung herzurichten. Musste er nicht fürchten, die war längst verflogen. Dann mit dem Hochdruckreiniger ging er ans Jack. Das ist so. Das ist so. Du, du, du. Alarm. 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 Odl. 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 Das hört man auch nicht jetzt. Die können ja nicht mehr aufstehen, gell? Oder? Oder kommen die dann doch hoch? Doch, nee, nee. Das ist, das ist, das ist, du kannst dir irgendwas laufen in die Kühe. Das ist ja nicht schon so eine Schraße, Scheiße. Wenn ich laufen und stehe, dann können die Fremden spiel auf. Gross. Er kann sich auch kein Ding laufen. Schlafen. Alle weiß das. Schlafen. Deutsch! Die Wagen ja gut. Ja, mein Auli ist mir scheiße voll Spitz. Uns ist langweilig. Geh mal in den Opa's Weingeller. Ja, du. 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 Da schimmert, da schimmert die Alki Augen, ne? Ja, schön, wenn die ganze Familie so. Ja, du. Mach während wir da ausmachen. Ich stelle das, was wir heute hier persönlich besprechen. Na, warum? Mit der Kamera, ne? Da sagte so ein kleiner Junge, es gibt doch Leute mit so einem Arschloch. Zeigte das dann auch so. Okay, darf ich mal fragen, woher weißt du das? Ja, vornos, ne? So ein 13-jähriger. Ganz kecker Junge, so ganz fesch. Keck. Keck. Okay, dann lass uns mal, ne? Anstatt der Gruppe, ne? Wo hast du das denn? Lass mal überlegen. So viele Leute mit so einem Arschloch. Das wäre dann... Keck. Schau dir die Kamera an, dann weißt du, was gesehen sind. Autos im Fernsehen. Ich verstehe. Warte mal richtig. Nicht, dass ich dein Content verletze in der Seele oder so ein Scheiß. Du bist ja auch Musiker in Deutschland. Warum bist du nicht bei den Kima? AAAAAAA, AAAAAA! Schau mir nicht zu, wie beim Sakratz. Die ewige Suche nach AsiTV. Holz! Holz! Was gibt da in der Stadt, die Holz hat? AAAAAA! Hey Google! Die Garage, da war Fein angemalt. Bannos Symbol! Okay, das ist zu pseudowitzig worden. Aber es hatte Potential, das hätte ich dir wecken. Das Gehirn ist voll gelehnt durch Fernsehen. Affinität! Ja, du solltest mal eine Fernseherformatieren, damit die Sender richtig sind. Ja, 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 für die Tage noch! Oh, Schatz, lass uns beide bunten. Buchen, koste Mutter schnitt. Außer einer Woche wäre zweiser. Jetzt von der Dunkelheit, sie werden mit seiner Seele entlassen. Schnell versteck dich, sie haben dich gesehen. Okay, ich schiebe mich weg. Dein Spoiler in Kitschel kompressiert. Ich habe mir die Achillis-Fersentier verlegen lassen. Schmeckt, Florian Schmidt. In dem Moment dachte ich, meine Eltern bestehen aus dem Ui. Ich hatte ein Video gemacht in Kurzform, also... Ich habe es ganz genau gemerkt, wie du den Hocker gedreht hast. Du bist eine Sache. Kann man nicht so App-Blocker auf RTL2 installieren. Guck mich. Besser sind nicht ich. Die sind nur geschrieben. Du bist jetzt ein bisschen schmissen, neun. Weißwürst, die kann man auch im After kochen. Was zur Helle hat die an, man? Die sieht so aus wie eine Mischung aus Barbecue-Sauce und Texas. Puren Texas. Schick mir doch einen Brief nach strategisch wichtiger Hauptstadt. Wir haben keinen einzigen Kampfpanzer. Nichts.